Willkommen, hallo bei Percussion&M. Ich habe euch heute eine UGUR mitgebracht, eine UGUR Handpan, ein chinesisches Modell. Ihr seht, ich habe sie gerade andersrum hingedreht. Aber das ist ganz interessant, weil natürlich von der anderen Seite kann man es auch spielen. Ganz klar, die Töne sind von der anderen Seite wunderbar angebracht. Das ist eine D-Moll in einer keltischen Tonart. Das heißt, egal wie ich die Töne jetzt spiele, ganz frei. Das hört sich immer super an. Natürlich kann man auch irgendwie wilde Melodien drauf spielen. Man kann eine kleine Komposition drauf machen, aber man kann einfach auch loslegen und versuchen einfach ein bisschen auszuprobieren und lasst es einfach laufen. UGUR Handpan. Kommt vorbei bei uns Percussion&M. Wir können es ausprobieren. Ein schönes Instrument. Bis bald. Tschüss.